Im ukrainischen Atomkraftwerk Saporizhia steht nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms offenbar weiterhin genug Wasser zur Verfügung, um die Brennelemente zu kühlen. Das gab die internationale Atomenergiebehörde IAEA bekannt. Eine Prüfung habe ergeben, dass nach wie vor Flüssigkeit in die Anlage gepumpt werden könne, wenn der Pegel unter die aktuelle Schwelle von knapp 13 Metern falle. Der kritische Wert seien 11 Meter. Der Meiler wurde durch mehrere Angriffe im Krieg gegen die Ukraine beschädigt.